Herr Professor Jakisch, wir sind hier beim San Antonio Breast Cancer Symposium und auch wenn das jetzt kein direktes Thema hier war, es gibt ja auch das sogenannte inflammatorische Mammakarzinom, den inflammatorischen Brustkrebs. Was eine spezielle Art ist, auch sehr aggressiv ist, woran erkennt man den und wird der ganz anders behandelt oder ähnlich behandelt wie andere Brustkrebsarten? Also die inflammatorische Brustkrebserkrankung ist eigentlich momentan noch unser größtes Sorgenkind, weil wir unterscheiden zwei wesentliche Formen der Inflammation, also der Entzündung der Brust. Das ist einmal im Zusammenhang mit dem Wochenbett und dem Stillen. Das ist einfach nur ein Milchstau, dass die Keime des kindlichen Mundraumes in die Brustdrüse eindringen und dort eine Entzündung ausmachen. Das ist das eine Thema. Ganz besonders schlimm ist, wenn ein inflammatorisches Mammakarzinom in der Schwangerschaft oder im Wochenbett auftritt, aber das lassen wir jetzt mal zur Seite. Das inflammatorische Mammakarzinom, die entzündliche Brustkrebskomponente, ist deswegen so schwierig, weil man nicht immer sofort daran denkt, dass es eine solche Erkrankung ist. Sie hat, so wie du gesagt hast, eine sehr schlechte Prognose und ist gekennzeichnet durch die Rötung und Anschwellung der Brusthaut an egal welcher Stelle und wird leider häufig als eine Entzündung bagatellisiert mit Salben behandelt und dann verschleppt sich die Diagnose, bis eine Behandlung schwerlich möglich ist. In Ländern der sogenannten Dritten Welt, vor allem in Südamerika, Indien, sieht man das sehr, sehr häufig, weil es eben keine Früherkennung gibt. Und ich würde gerne meine Take-Home-Message jetzt schon loswerden. Eine Rötung an der Brust, die nicht im Zusammenhang mit einem Piercing steht, das ist ganz besonders wichtig, denn da wird ja bewusst ein Fremdkörper eingebracht, sollte spätestens nach vier bis sechs Wochen ärztlich, fachärztlich abgeklärt werden und ist nicht Gegenstand einer kühlenden Salbe. Wenn das jeder, der uns heute zuhört, mitnimmt, sind wir einen Riesenschritt weiter. Warum ist das so gefährlich? Die Rötung und Schwellung der Brust entsteht, weil in den Lymphspalten der Haut sich die Tumorzellen ausbreiten und dort eine Verstopfung der Lymphbräne auslösen. Deswegen ist die Haut wie eine Orangenhaut. In der Fachsprache nennt man das auch die Orangenhautveränderung, ist angeschwollen. Und wenn man die so zusammendrückt, die Haut sieht das wirklich aus wie auf einer Orange. Also für diejenigen, die sich das noch nicht ganz vorstellen können, wenn sie vor einer Ziegelwand stehen, dann sind die Brustzellen die Ziegel und der Zement dazwischen sind die Lymphbahnen. Und diese Lymphbahnen sind verstopft. Und die können auch da sein, wo man die Rötung gar nicht sieht. Und eine gerötete Brust kann auch durch eine Antibiotikasalbe oder Antibiotikaangabe sich etwas verändern und weniger werden, aber die Krebszellen bleiben da. Und das, was man da auf gar keinen Fall machen darf, ist eine primäre Operation, egal wie groß und wie klein es ist. Die Diagnose stellt man als Blickdiagnose, die Rötung und Schwellung der Haut und macht eine Punchbiopsie. Ein ganz kleines Stück Gewebe wird in der lokalen Anästhesie rausgenommen. Und dann muss man es einem Dermatopathologen schicken, damit der sich in der Haut besonders gut auskennt und die Diagnose stellt. Wenn man in der Brust auch gleichzeitig noch ein Karzinom findet, das muss man nicht immer finden, dann ist es relativ klar. Aber die Punchbiopsie ist beweisend. Also das kann man in der lokalen Anästhesie machen und ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sollte, muss man und darf nichts anderes tun, als eine primäre Chemotherapie zu machen, um diese Tumorzellen in diesen Fugen wegzubekommen. Und dann gibt es eine ganz klare Standardtherapie. Eine entzündlich verhinderte Brust sollte man nicht, ich bin fast schon so weit, darf man nicht brusterhaltend operieren, weil ich nie weiß, an welcher Stelle lasse ich die Tumorzellen in den Lymphbahnen noch zurück und positioniere sozusagen ein Rezidiv dort. Der ganz entscheidende Punkt ist bei der Behandlung die Fotodokumentation, die Mammographie und oder Kernspintomographie und das Staging, um sicher zu sein, dass keine Fernbetastasen vorliegen. Und dann kann man, je nachdem, meistens sind es leider triple negative Karzinome, mit einer Chemotherapie, wenn es sinnvoll ist, auch mit Immuncheckpoint-Inhibitoren oder wenn es ein herzverneuropositives Karzinom ist, das mit einer Antikörpertherapie kombinieren, muss es eng monitoren und sowas gehört wirklich in erfahrene Zentren, weil das eine sehr ernsthafte Erkrankung ist, mit einer grundsätzlich eher schlechten Prognose, die man verbessern kann, wenn man es richtig behandelt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte, jede Rötung in der Brust sollte innerhalb von vier bis sechs Wochen fachärztlich abgeklärt werden, um ein inflammatorisches Karzinom auszuschließen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen danke ich ganz herzlich dafür, dass dieses Nischenkind nochmal heute angebracht wurde. Der Grund ist auch relativ einfach, warum es gefragt wurde, weil es gab heute eine Sitzung über spezielle Brustkrebsformen. Und man muss einfach sagen, diese Brustkrebsformen werden heute molekularbiologisch so weit zerlegt, dass ich das gar nicht erklären kann. Und das ist auch letzten Endes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so ganz spannend. Aber die Tatsache ist eben, das Schlimmste aller ist das inflammatorische Karzinom. Und wie man das heute behandelt, haben wir, glaube ich, dank der Weitsichtigkeit der Gastgeber heute weit und gut besprechen können. Vielen herzlichen Dank, Christian. Ja, gerne.